Südlich der ägyptischen Sinai-Halbinsel erstreckt sich das Rote Meer. Für Taucher ist es eines der aufregendsten Gewässer der Erde. Beim Tauchen geht es nicht um spektakuläre Jagdszenen unter Wasser, auch nicht um den Nervenkitzel, wenn sich ein Hai nähert. Es ist wie ein Spaziergang in einem wunderschönen Garten. Es geht darum, das Leben um sich herum wahrzunehmen und das Leben außerhalb der Gartenmauern für einen Moment zu vergessen. Diese Unterwasserwelt verfügt über eine Lebendigkeit und Kraft, die man in Worten und Bildern nicht beschreiben kann. Man kann sie nur persönlich erfahren.